So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, nicht dass wir wieder zwei Tonspuren haben und dann kommen die Leute wieder ein Schreiben, R2D2 kann einpacken. Na, ich glaube mal, das passt jetzt. Letzten Satz, irgendwie, seitdem ich alles neu angeschlossen habe, eine zweite Tonspur dahin geknallt. Die war aber erst, wenn ein Runterscrolls zu sehen. Ich habe mich dann bei dem Community Day Infovideo gewundert, wieso da plötzlich sonst was ist. Ich möchte eine Folge Ramses Minus aufnehmen. Jetzt war ich voll traurig und dachte, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ein bisschen in der Meisterliga Punkte zu machen. Es hat ja schon wieder gewechselt, es ist ja schon wieder die Superliga am Start. Aber eben habe ich mir ein Superliga-Team erstellt, das gleiche, was ich immer nehme. Wollte auf Kämpfen gehen, um zu gucken, wie lange die Superliga eigentlich jetzt da rumwustet. Und plötzlich sehe ich, es sind ja alle Ligen gerade da. Superliga, Hyperliga, Meisterliga und Entwicklungscup. Das heißt, ich werde einen Scheiß tun, in der Superliga zu kämpfen, sondern stürze mich direkt wieder in die Meisterliga mit meinem Meisterliga-Team. Torgekiss, Geratina, Dialga. So, das spiele ich immer, das nimmt mir jetzt auch keiner weg. Und das, was da im Hintergrund gerade so eskaliert ist, das war Pupsi. Die hat auch mit den Katzen wieder gekämpft und die haben sich um das letzte wie ein Würstchen gestritten. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Ja, ich weiß, ich soll das nicht immer verraten, weil das geht keinem was an, aber trotzdem. Ich bin eine ehrliche Vorhaut und deswegen tue ich immer alles da rein. Nex, nein, Ine, ist das gegnerische Individuum, was wir jetzt zu bersten müssen. Setzt ein Torgekiss ein. Meins ist größer. Es wechselt direkt raus auf Metagross. Das finde ich sehr schön. Das heißt, wir lassen einfach mal durch, was er macht, weil eigentlich kann er gar nichts machen. Habe ich irgendwie so in Erinnerung. Ist schon wieder gefühlt zwei Wochen her, seit ich Meisterliga... Was? Der haut voll rein. Aber egal, wir machen einen Spukball. Generell haben wir sowieso hier Geistattacken gegen den Typ Stahl, wodurch ich mich gerade ziemlich sicher fühle. Er wehrt auch ab. Wenn er jetzt nochmal was macht, würde ich auch abwehren. Obwohl beim zweiten Mal, wenn er was macht, macht er wahrscheinlich was anderes. Haben wir? Kommen wir? Ne, wir kommen nicht. Aber trotzdem, wir wehren ab. Wenn er noch Drachen hat, haben wir die Jalga. Wenn er mit seinem Torgekiss wieder reinkommt, haben wir auch Torgekiss. Also gerade sieht es doch einigermaßen gut aus. Er hat jetzt auch schon so viel Energie verloren, dass hier Unheilböen reichen würde. Wir nicht auf Spukball gehen müssen. Und es ist zwar ein Drache, was ich habe, aber es ist halt komplett nur mit Geistmoves ausgestattet. Was halt ziemlich komisch ist und das wahrscheinlich keiner so macht. Jetzt hat der natürlich seine Moves voll gemacht. Und ich muss weiter Rückwärts-Saldos machen. Das heißt, er darf eher angreifen als ich. Weil er hat jetzt schon zwei Rückwärts-Saldos mehr gemacht. An das Jalga. Ich wehre jetzt also mal ab. Obwohl ich es wahrscheinlich jetzt hätte durchgehen lassen können. Und hätte es dann immer noch überlebt. Aber das ist mir alles zu unsicher. Ich hoffe, sein Angriff wird nicht gesteigert. Ich mache jetzt auch Antik-Kraft. Wir machen also beide genau das Gleiche. Das heißt, er war eben dran. Ich war jetzt direkt dran. So viel Vorsprung hat er vielleicht gar nicht. Werde ich vielleicht gesteigert? Nein, werde ich auch nicht. Wir saltosieren uns weiter um die Wette. Er wechselt raus. Er kommt jetzt nochmal hier mit Mewtwo an. Wir machen Antik-Kraft nochmal auf das Mewtwo. Ich weiß nicht, ob er seinen Move voll hat und ist dann raus. Oder ob er einfach kurz davor weg ist. Weil er dachte, er stirbt. Das Mewtwo, dem geben wir auch ordentlich einen mit. Das Mewtwo haut uns jetzt so um. Wir kommen jetzt mit die Jalga gleich. Aber er muss erstmal einen Move machen. Und die Jalga ist noch komplett voll. Ich meine, wenn er einen Spukball gegen die Jalga macht, nicht gut. Aber er hat ja jetzt gerade einen Psycho-Stoß gemacht. Und hat hoffentlich jetzt auch noch einen Psycho-Stoß da. Was hoffentlich an mir einfach abprallt. Psycho-Stoß. Ja. Dann kann ich den Rest jetzt nicht runterhauen. Und müsste nur noch einen Eisenschädel machen. Gegen das Toggekiss. Kommt es überhaupt dazu? Was hat Toggekiss noch? Da hat Toggekiss hier Flammenwurf oder irgendwas. Eisenschädel ist voll. Ich habe ja trotzdem Mehl gehabt. Das heißt, er konnte noch gar keinen Move machen. Und ist einfach so rausgewechselt. Hat sich da nichts vollgeladen. Kriegt jetzt volle Breitseide von Raikwaser. Breitseide Raikwaser. Nein, er hat jetzt seinen Eisenschädel noch kassiert und ist weg. Jetzt kann man so viel labern und so viel drumrum pushen, dass man denkt, boah, guck mal, der hat voll Ahnung von dem, was er macht. Aber das war nur Glück. Wäre der Anfang anders gelaufen, dann wäre das Ende auch anders gewesen. Und, ja, 13 Uhr müssen wir weg. Jetzt ist es gleich 12 Uhr. Eine Stunde habe ich Zeit. Ich kann ja theoretisch also eine Stunde GBL aufnehmen, dass ich ein bisschen vorankomme. Gucken wir mal, wie viele Sets das sind. Ich möchte ja, wenn ich ein Set habe, das Set auch fertig spielen. Und nicht den ersten Kampf von einem Set machen und dann raus. Jetzt habe ich was Haariges. Zwischen den Beinen sieht aus wie Adi, Schatz. Fühlt sich auch so an. Und er ist jetzt hier mit Dialga. Wir machen rückwärts Salto. Seine Eisenschädel voll macht, ist das nicht gut für uns. Was machen wir sonst noch? Er hat bestimmt jetzt einen Eisenschädel voll. Der würde uns komplett zerfetzen. Schilden mal ab. Ich würde jetzt wahrscheinlich trotzdem auch wechseln. Jetzt wechselt er aber auch. Natürlich geht er jetzt auf Knackrack. Das ist sehr schön. Ja. Ich habe nur Eisenschädel jetzt übrig, was gegen seinen Bodentyp nicht so viel macht. Vielleicht hätte ich doch mit Toggle Kiss bis zum Ende weiter saltulieren sollen. Wenn er jetzt hier mit Bodenattacken angreift, dann haut mich das vielleicht auch aus den Fehlern. Ich schilde mal ab. Sehr, sehr verwochen alles. Erdkräfte. Ja, ist ein starker Move. Den kann er auch meistens zweimal hintereinander. Ich gehe jetzt einfach auf alles. Er ist weg. Er kommt zurück mit. Was auch immer. Was hat er noch? Wasser? Was? Molly planscht im Napf. Vielleicht sucht sie Fische vom Norman Ritter. Man weiß es nicht genau. So. Das ist auch weg. Er hat auch noch einen Move voll. Ich glaube, ich hole mal Giratina rein. Weil Giratina eigentlich nicht viel Schaden abkriegt. Oh, der hat bestimmt Drago Meteor. Die Sau. Der haut mich komplett weg, oder? Und? Naja, Eisenschädel. Na, dann verstehe ich es nicht. Ich verstehe nicht, was der da macht. Ich nehme mal einen Spukball, obwohl der eh gleich weg wäre. Aber vielleicht können wir wenigstens ein Schild rauslocken. Ansonsten, ja. Habe ich jetzt taktisch nicht so kluge Schachzüge ausgebreitet. Fühle mich aber trotzdem irgendwie so noch ein bisschen überlegen. Obwohl, er hat immer noch sein Schild. Und bringt mich jetzt wahrscheinlich um. Serfer, ich lebe noch. Guck dir das an. Da geht auch bestimmt noch ein Spukball durch. Und jetzt ist sein Schild auch weg. Und dann ist ja immer noch Toggekiss da. Und vielleicht sollte ich jetzt auch einfach wechseln. Dass der sich nicht an mir auflädt. Weil Toggekiss kann ja auch was. Toggekiss hat doch Antikraft voll gehabt. Hat es nicht eingesetzt. Ich habe doch drauf gedrückt. Erstmal Luft holen. Server überlebt. Antikraft, jetzt bitte einmal. Schild ist weg. Energie ist auch gleich weg. Also Toggekiss hat das Rennen wieder mal gemacht. Spinat schmeckt nach Spinat. Kannst noch Salz ran machen. Schmeckt sehr wässrig. Kochen mit Ramses. Jetzt neu. Wenn ihr Tipps braucht, folgt mir für mehr Rezepte. Jetzt hat Pupsi hier so Kartoffelbrei gemacht. Der war so salzig. Oh, das hast du schon mal erzählt. Das brauchst du jetzt nicht in jedem Video erzählt. Hätten wir den im Ozean versenkt, dann hätte der den Meeresspiegel angehoben. Und die Fische werden alle gestorben durch den hohen Salzgehalt. Den habe ich dann einfach gegessen. Ja, zum Glück. Gibt es Eier oder was? Vor allem, ich muss das essen und das und das und das. Und jetzt kocht die schon wieder. Das ist, ich glaube, Frauen, die sind immer so, ich koche erst mal was. Ist ja egal, wer es isst. Hauptsache, ich habe gekocht. Hmm. Surfer. Einen Surfer überlebe ich bestimmt. Ja, sehr schön. Ansonsten machen wir ein paar Rückwärts-Saldos. Wir wechseln jetzt mal auf Giratina, weil Giratina gefühlt ja immer viel aushält gegen Kyogre. Er macht auch gerade keinen Wechsel selber. Ich bleibe jetzt mit dem drin. Kann auch gleich meinen Move machen. Bei Toggek ist auch was vollgeladen. Je nachdem, was dann so kommt. Er wehrt ab. Hat ein Schild weniger. Jetzt kommt er mit Dragoran. Uh, das ist natürlich nicht gut für mich. Weil Dragoran mich einfach wegfetzt. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen überleben. Ich brauche dieses Giratina eigentlich noch. Stellt euch vor, der hat noch was Stahliges in petto. Außerdem ist der Spukball auch voll. Aber dem wehrt er sicherlich auch ab. Wir müssen jetzt auf Zeit gehen. Möglichst lange durchhalten. Und das geht komplett nach hinten los. Und dann habe ich noch Toggekiss, was ich wieder reinholen kann. So, schaffe ich es. Ich hätte Unheilböden schon machen können, aber ich versuche, auf den Spukball zu gehen. Ich hoffe, das passt, bevor ich sterbe, dass der Spukball voll ist und ich den machen kann. Dann haben wir das Giratina nicht komplett umsonst geopfert, sondern es durfte nochmal einen Spukball machen, bevor es dann abgetreten ist. So, das sieht doch gut aus. So wollen wir das haben. Das ist trotzdem schon wieder voll. So, ich nehme jetzt einfach Dialga rein. Weil egal, was jetzt kommt, muss ja neu sein von ihm. Und er muss erst mal sich an mir hochkämpfen. Jetzt hat er Metacross reingeholt. Wenn der Erdbeben macht, bin ich weg. Ich versuche mal auf Drakometeor zu gehen. Jetzt macht er bestimmt Erdbeben und ich bin weg. Hätte ich lieber vorher gewechselt. Ein Drakometeor hätte bestimmt gereicht. Und er macht Erdbeben und ich bin weg. Ja, wenigstens weiß ich, was los ist. Dann probieren wir jetzt hier einen Flammenwurf gegen Stahl. Warum habe ich nicht? Einfach kurz raus gewechselt und habe das Toggekiss geopfert. So, was bleibt übrig? Immer noch Kyokre. Zwei, drei Rückwärts-Saldos hätten gereicht. Dann wäre das vielleicht auch weg. Aber er hat noch einen Move. Ich habe keine Energie. Also hätte ich lieber meinen Toggekiss kurz reingeholt, dass er sein Erdbeben aufs Toggekiss macht. Selbst wenn das weckt, dann wieder Dialga zurück, Drakometeor und die restlichen paar Brüchel auf das Kyokre draufgezerrt. Der hätte, egal was der mit seinem Surfer oder so, ich hatte volle Energie. Hätte er gar nicht geschafft. Hätte er nicht geschafft, hätte er nicht geschafft. Ich habe leider nicht rausgewechselt. Ich bin leider drin geblieben. Drakometeor braucht halt seine Zeit zum Aufladen. Und wir standen beide gegenüber, war ja eigentlich klar, dass eins eher voll wird. Drakoran. Das heißt, er muss wechseln. Wechselt er? Er wechselt. Auf Kyokre. Das heißt, ich wechsle auf, ja, genau, auf mein, was macht der? Nichts. Der kippt auf. Hä? Ich wechsel auf Giratina, weil ich gefühlt bei Kyokre oder Groudon oder so oder überhaupt. Ich hole einfach immer, 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 immer Giratina rein. Beziehungsweise, wenn er wechselt, wechsle ich auch einfach, weil man immer nachwechseln muss. Dann geben die auf, wie ihr seht. Die fühlen sich unter Druck gesetzt. Es ist egal, in was ihr rein wechselt. Aber wenn ihr seht, er wechselt, wechselt einfach auf. Dann denken die, was? Wenn der auch wechselt, dann ist das, was er eingewechselt hat, bestimmt gut gegen mich. Und ich kann nicht nochmal wechseln, dann gehe ich raus. Sonst hätten wir eigentlich auch sowas machen können. Der kann ja eigentlich auch Blizzard gegen einen Drachen, also. Aber bis der den voll hat, das ist wie mein Drago Meteor bei Dialga. Gegner wird gesucht. Ich weiß nicht mal, wie der Gegner eben hieß. Kampf beginnt gegen Mr. Unbekannt. Hallo? Steht einfach gar nichts da. Du wirst Talino. Talino 92 mit dem Löwenkopf. Torgekiss gegen Dialga. Habe ich vorhin angefangen, rückwärts Saldos zu machen, in der Hoffnung, dass er irgendwann rausgeht. Geht er raus, bleibt er drin. Er hat ja Stahl, ihr wisst Bescheid. Wir nehmen das jetzt einfach mal so an, wie es ist. Uiuiui. Die Bambinos machen wieder Muchacho. So, weil er immer noch keinen Eisenschädel gemacht hat, mache ich jetzt einfach mal einen Antikraft. Vielleicht schildet er. So. Kommt jetzt mit einem Eisenschädel. Ich glaube, ich könnte den Rest sogar jetzt mit rückwärts Saldos einfach noch wegmachen. Und überhaupt dann noch einen vollen Move. Nein, er hat mich verarscht. Er hat einfach schon wieder Eisenschädel vor. Ist das ein Bursch. Deswegen habe ich mich gewundert, wieso meins voll ist und nicht seins. Aber egal. Dann schädeln wir uns jetzt nach hinten durch. Wir haben trotzdem den Move voll. Er hat was Psychomäßiges. Das passt auch. Dann kann er ja jetzt schilden. Vielleicht werden wir stärker und fetter und größer. Ansonsten lasse ich halt das Torgekiss jetzt zugrunde gehen. Spätestens jetzt. Er hat es auch einmal durchgelassen. So. Macht er Psycho-Stoß? Bestimmt. Ich hole dann Giratina rein. Psycho-Stoß. Genau. Ich hole Giratina. Und er wechselt raus. Und er geht auf Requarza. Dann gehen wir jetzt auch auf unseren Drachen. Weil die Drachenattacken gegen mich ja nicht so viel ausrichten. Weil ich ja noch Stahl habe oder was. Und weil mein Giratina hat ja nur Geistattacken. Und deswegen bringt es nichts. Hier würde ich jetzt. Auf was gehe ich denn? Ich bin so bescheuert. Eisenschädel war voll. Und ich gucke so drauf und denke mir. Ach warte. Den setzt du jetzt nicht ein. Setz den nicht ein. Warte einfach noch. Du siehst doch. Gleich ist Dragomedeor voll. Den wirst du mit den Quickmoves schon runterkriegen. Und den Dragomedeor nimmst du mit zum Mewtwo. Was für ein blöder Gedankengang. Weil jetzt hat er mich umgebracht. Und ich habe gar nichts gemacht. Und er hat natürlich immer noch sein Mewtwo. Also. Wo war der Sinn? Hätte ich einfach Eisenschädel gemacht. Wäre wenigstens das Schild weg. So hat er natürlich auch sein Schild noch. Und ich habe gar nichts gemacht. Also. Oh. Das ärgert mich jetzt. Also das hätte anders ausgehen können. Wir sind zwar noch nicht weg. Wenn er einen Psychostoß macht. Könnte ich es noch überleben. Und ihn besiegen. Vielleicht hat er aber auch einen Spukwahl. Ne. Hat er nicht. Er hat einen Psychostoß. Trotzdem bin ich. Hä? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Da stand die Attacke da. Das vorbei ist. Und er macht. Ich habe. Hä? Ich habe gewonnen. Hat er direkt nach der Attacke aufgegeben. Oder was? So. Fünf von fünf Kämpfe ausgetragen. Vier von fünf Kämpfen gewonnen. So wollen wir das haben. So sieht das gut aus. Holen uns die Pokémon Belohnung ab. Es ist ein Medi-Tee. Jetzt knallen die Katzen schon die Türen zu. Die werden immer frecher. Erst machen sie komische Geräusche. Dann krabbeln sie immer die Wände hoch. Dann rennen sie durch den Hausflur und randalieren. 14, 14, 14. Okay. So. Wir holen ab. Steigen auf. Rang 15. Ich habe wirklich gefühlt bisher immer nur gekämpft. Wenn ich es aufgenommen habe. Für ein Video. Für euch. Also ansonsten habe ich eigentlich noch keine GBL gespielt. Und ich merke, dass die drei Monate wohl ausreichen, wenn man einmal die Woche drei Sets spielt und die aufnimmt, dass man trotzdem gemütlich zu Rang 20 kommt. Wir sind ja jetzt hier Rang 15. Und ich glaube, das ist ein Set, wo es gefühlt egal ist, ob ich gewinne oder verliere, weil man danach auch aufsteigt. Weil es gibt ja nur Sonderbonbons als Belohnungen. Wir machen rückwärts Saldos. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Jetzt gut von 16 bis 18 ist dann wieder schwierig. Das dauert ein bisschen. Der hat definitiv jetzt einen Eisenschädel voll. Nicht nur einen. Vielleicht sogar zwei. Aber wir machen einfach das Gleiche, was wir eben gemacht haben. Das hat uns ja trotzdem zum Sieg geführt. Also lasst euch nicht irritieren. Ihr seht, wir machen nochmal einen Rückwärtssaldo und nochmal einen. Der hat bestimmt jetzt zwei Stück voll. Jetzt macht er bestimmt den nächsten hinterher. Komm, komm, mach, komm, mach. Ja, mach doch. Mach. Lass ich das jetzt durch? Lass ich es nicht durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der noch hat. Vielleicht brauche ich dich noch. Wir lassen es mal durch. Wir sind mal weg. Wir kommen jetzt aber mit Giratina rein. So. Weil er hat ja noch zwei Schilder. Mit Giratina kannst du besser Schilder rauslegen. Vielleicht hat er noch was Stahlmäßiges. Metacross oder so. Dann passt das. Nein, er kommt natürlich mit Graudon. Äh, ist jetzt schlecht gegen meinen, also für meinen Dialga, weil der kann ja Boden attacken, der kann Feuer attacken. Wir müssen also irgendwie mit dem Dialga aushalten, hinten und alles mit Giratina jetzt hier durchfummeln. Ich lasse mal das erste durch. Das ist bestimmt ein Feuerschlag. Ach ne, er hat ja auch Abgrundskling, ist ja jetzt neu. Hab ich doch komplett vergessen, dass der neue Moves kann. Der darf jetzt aber nicht sterben. Wir müssen wenigstens noch unseren Move durchbringen, der voll ist. Er macht jetzt Feuerschlag hinterher. Okay, dann hat er ja hoffentlich seine Moves alle rausgepowert und nichts mehr großartig übrig. Könnte jetzt abwehren. Macht er nicht. Er hat immer noch zwei Schilde fürs Letzte. Und jetzt kommt noch Kyokre rein. Macht noch einmal Unheilböen. Nein, er macht kein Unheilböen Schild. Und jetzt darf ich kein Draco Meteor machen, egal was passiert. Kein Draco Meteor, sonst mache ich so gut wie kein Schaden mehr. Aber ich bin schon bei der Hälfte. Ich muss nur irgendwie einen Surfer von ihm überstehen und vielleicht noch einen zweiten Surfer. Oder er hat, er hat nur Surfer. Keine neue Attacke. Jetzt können wir sogar einen Eisenschädel machen, aber ihr wisst, er hat noch zwei Schilde. So. Surfer ist halt ziemlich schnell voll. Wir sind jetzt auch bei der Hälfte. Könnte sein, dass ich noch einen überlebe. Ganz knapp, aber ich weiß nicht, ob das dann reicht, ihn mit dem Quick Move runter zu bringen. So knapp ist das gar nicht, sehe ich gerade. Nein! Und er hat natürlich noch einen übrig. Adi Schatz. Adi Schatz, es tut mir leid. Es ist wieder mal zum Kyoko melden. Wenn Kyoko die Maus ist. Ich muss jetzt mal zeigen, wie das hier abgeht. So. Da ist der Adi Schatz. Und guckt. Adi Schatz. Alles Gute? Da ist das Samyang-Regal. Uh, mit Chili-Soßen und Samyang und richtig Zeug. Das ist richtig toll. Da würde ich mich reinlegen am liebsten. So. Weiter, 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 weiter. Müssen wir gucken. 12.13 Uhr. Was hat sie gesagt? 10 vor. 10 vor. Muss sie los. Weil sie so langsam läuft. Sind ja nur 5 Meter. Das kriegen wir schon hin. Adi, wir kriegen es hin. Alles gut. Jetzt hat er sich es bequem gemacht. Der muss nämlich aufpassen. Molly rennt hier rum. Die machen immer hier Hühnerkämpfe. Deswegen. Jetzt hat er sich aber. Gelegt. Jetzt sieht er entspannt aus. So. Es geht auf Stahl. Das heißt, ich gehe auf Geratina. Hier müsste ich ja eigentlich immer auf Spukball gehen. Denn sobald er mal einen durchlässt, dass der richtig reinhaut. Kann mit Steinhageln nicht viel machen. Hier. Das zieht fast nichts ab. Wir können also gemütlich immer auf Spukball gehen. Der Unterschied ist da nicht so groß von den Wartezeiten. Aber der Schaden ist halt dann immens. Deswegen würden viele auch gar nicht Unheilböen mit reinnehmen. Die meisten würden dann eben noch einen Drachenmove nehmen. Zusätzlich zum Spukball. Aber mir hat das schon öfters mal den Arsch gerettet. Dass ich dann eben auch Unheilböen drin habe. Deswegen werde ich auch weiterhin Unheilböen. Und er darf halt schon wieder. Er hat schon drei Moves gemacht. Und ist knapp. Ich lasse es wieder durch. Es dürfte mich nicht töten. Das ist ja ganz mathematisch. Wenn man sieht. Dass wir nur ganz knapp unter der Hälfte sind. Nach zwei Moves. Dann heißt es. Der dritte kann uns gar nicht töten. Und er wird wieder. Und jetzt wird es problematisch. Weil die Drecksau jetzt nämlich ausgewechselt hat. Auf was anderes. Und wir kommen jetzt wieder hiermit zurück. Weil vor dem hat er ja irgendwie Angst gehabt. Vor ihm hat er Angst gehabt. Und wir müssen jetzt irgendwie Flammenwurf voll machen. Das ist mein Ziel. Dann Flammenwurf. Flammenwurf gegen. Ja was kann der? Kann ich das durchlassen? Ich lasse es mal durch. Drachen und. Unlicht. Genau. Flammenwurf muss voll. Gegen Melmetal. Ich hoffe er holt jetzt Melmetal rein. Er holt Melmetal rein. So. Du hast meinen Konter gegen dich vernichtet. Aber ich habe einen Flammenwurf. Der dich hoffentlich ein bisschen röstet. Du hältst viel aus. Ich weiß. Ich hasse dich jedes Mal. Wenn ich dich sehe. Aber. Ein Flammenwurf. Und er hat keine Schilde mehr. Hoffe ich. Zumindest. Ich habe nicht darauf geachtet. Geht durch. Sehr effektiv. Passt. Jetzt Kampf. Kampf. Also eigentlich kann er aufgeben. Eigentlich kann er aufgeben. Eigentlich kann er gar nichts mehr machen. Ich habe auch noch ein Schild. Ich kann jetzt hier nochmal drauf drücken. Ich hätte es auch durchgehen lassen können. Mir mal angucken was er so hat. Steinhagel gegen Flug. Aber ansonsten passiert jetzt nicht mehr viel. Und er ist weg. Hat er auch Shinies alles drin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Er hatte ein Melmetal. Er hatte ein Maromai. Die waren beide Shiny. Was war das andere? Triggefalo. Triggefalo war nicht Shiny. Gut. Er hatte nicht nur Shinies. Er hatte auch andere Sachen. Also alles gut. Das war kein Shiny Gegner. Denkt dran immer die Weisheiten. Die Shinies die sind stärker. Ist kompletter Quatsch. Nein. Shiny macht nur was am Aussehen. Aber hat nichts mit den Werten zu tun. Die Werte sind die Werte. Und es gibt gute Shinies. Schlechte Shinies. So wie auch gute Normale. Schlechte Normale. Also guckt immer auf die EV. Und das sind die PvP-EV ja meistens eh anders. Außer in der Meisterliga. Da zählt halt wirklich. Das 100 ist das Beste. Weil das dann am höchsten kommt. Weil es ja nach oben hin keine Grenze gibt. Lass mal einen Surfer durch. Ja. Ja. Und. Er kommt auf Mammut Tail. Kommen wir zu einem Flammen Wurf. Und gucken mal was der mit einem. Mit einem Eis-Pokémon macht. Ansonsten bei Mammut Tail habe ich immer gar keine Ahnung was ich machen soll. Der hat ja Eis. Ich habe doch nur zwei Drachen im Team. Wenn der Eis macht. Dann bin ich doch bekloppt. Hm. Machen wir noch einen Rückwärts-Saldo. Aber der hat auch Stahl mit drin. Deswegen würde ich jetzt. Achso. Aber ne. Der hat ja auch Boden. Der wird mich zerlegen. Ich lasse erstmal eins durch. Machst du Lawine? Ja. Hälfte. Bestimmt schon wieder Lawine voll. Das Zweite müsste ich abwehren. Egal was er macht. Muss ich abwehren. Oh. So kurz vorm Ende haut er doch einen raus. Hier beim Thomas auf dem Kanal. Haut wieder einen raus. So. Weg. Bitte weg. Kyoko kommt zurück. Eisenschädel. Mal drauf. Drago Meteor war voll. Hätte ich machen können. Aber der wäre doch bestimmt eh ab. Oder? Und selbst wenn nicht. Ich kann ja danach nichts mehr. Und jetzt hat der hier Despot da wieder drin. Was mache ich jetzt mit Despot? Eisenschädel war voll und ich habe den nicht genutzt. Eisenschädel. Warum? Unlicht gegen Geist. Wenn der jetzt einen Knirscher macht. Knirscher Mann. Da kann ich auch jetzt auf Spukball gehen. In der Hoffnung, dass er denkt. Na, der wird erst mal den kleinen machen. Den lasse ich durch. Und den fetten wäre ich dann ab. Schlau wäre es. Alles abwehren, was jetzt kommt. Weil ich habe eh noch ein Schild. Und dann kommt er gar nicht mehr zu mehr. Er kann Gedanken lesen. Weg. Ei, ei, ei. War das der Dritte jetzt? Zwei Kämpfe noch. Aber wie gesagt. Ich glaube, man steigt ja eh auf. In dem Rang. Normal reicht ja 19 für die Top-Lade-TM. 20 ist aber immer drin. Sage ich mal. Meistens verliere ich ab 20 alles. Und komme trotzdem in die 21. Weil ich vorher eigentlich ein paar Punkte habe. Die mir das gut schreiben. Mal gucken, wie es diesmal ist. Der Herr. 26 Minuten aufgenommen. 12.19 Uhr. Da ist auf jeden Fall noch ein drittes Set drin dann. Kampf beginnt. Gegen. Unsichtbares. Wie heißt er denn wieder? Majowi Ziat. Warum zeigt das immer so spät an? Der hat auch Best-Buddy-Badge. Ist es auch ein Hunderter? Sind wir gleich. 3638. Da habe ich aber Glück gehabt. Salto. 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 Er ist schon gelb. Er wechselt raus. Auf Metacross. Boah. Hätte ich das gewusst. Hätte ich schon Flammenwurf aufgehoben. Oder so. Ja, gehen wir mal hier. Wechseln jetzt auch. Natürlich auf unser Giratina. Weil da kann er ja nicht viel machen. Hier reicht es glaube ich sogar, wenn man auf Unheilböen geht. Weil das ist trotzdem stark. Und selbst wenn er schildet, ist es nicht so schlimm. Wenn er nicht schildet, dann knallt er es trotzdem gut rein. Er schildet ja sowieso. Und jetzt hat er schon auch die Hälfte nur noch der Energie. Da reicht ein Unheilböen, was durchgeht, dann schon meistens aus. So. Oh. Ja, Sternhieb. Macht trotzdem immer mehr als gedacht. Und jetzt, wenn er den durchlässt, ist er weg. Wenn er es schildet, ist er danach weg. Dann schilde ich halt auch mal, wenn er einen Sternhieb macht. Aber gut. Sehr gut. Ärger mich ein bisschen natürlich, dass ich vorne die Attacke nicht aufgehoben habe. Jetzt kommt Toggekiss. Und will mir was erzählen. Jetzt macht der nämlich seine Attacke voll. Aber egal. Ich nehme den Kampf auf. Ich habe noch ein Schild mehr wie du. Das heißt, ich schilde und werde einfach den Rest mit dem Quickmove runterfarmen und schon mal Moves aufladen. Oder auch nicht. Weil er schon wieder gewechselt hat auf was ganz anderes. Aber das ist ja jetzt mit Flug. Und ich habe Stein. Müsste ja jetzt auch gut gehen. Hat er einfach gewechselt oder war der tot? Nee, der war nicht tot. Er hat einfach so gewechselt. Immer noch zwei drin. Jetzt steigert sich mein Angriff und die Verteidigung und alles. Und hin und her. Na, dann kann ich jetzt hier dran versuchen, alles voll zu machen. Ich denke mal, der wird mir nicht gefährlich. Lassen wir also durch. Egal was es ist. Knirscher. Ich habe immer noch ein Schild. Verteidigung sinkt. Ist weg, ist weg. Ist noch nicht weg. Ich lasse mal noch einmal durch. In der Hoffnung, dass es noch ein Knirscher ist. Aber jetzt muss ich alles abwehren. Weil der hat bestimmt was vollgeladen und haut mich jetzt voll rein. Oder? Was macht er? Drück doch. Nein. Das war noch Eisenschädel schon wieder voll. Warum habe ich denn nicht den Move einfach eingesetzt? Denken wir, ich habe noch ein Schild, alles gut. Oh. Der hat gar keinen Move gemacht. Der hat keinen Move gemacht. Und Eisenschädel war voll. Und du drückst 50 Mal in die Mitte und denkst, warte, ich muss da runter. Und dann drückst du 50 Mal unten. Und dann muss es aber noch 49 Mal erst mal anrechnen, dass du ja 50 Mal oben gedrückt hast. Und zeitverzögert kommt dann unten. Ach, jetzt ist er plötzlich hier oder was? Und dann ist es schon vorbei. La Biese. Don't get kiss. Also. Das ist ein verschenkter Sieg gewesen. 3,8. 3,7. Da fehlt die Schleife. Wechselt der jetzt auch raus. So wie der andere ist. Noch drin. So wie es ausschaut. Ich glaube Mittwoch ist ein guter Tag. Immer Raider Mittwoch aufzunehmen. Und Ramses Minus aufzunehmen. Und Raid Mania zu machen. Und. Wieso hat er jetzt mehr Energie? Hier als ich. Das wäre ich jetzt auf. Er hat ja auch ein Schild weg. Mache ich jetzt auch so. Das ärgert mich jetzt. Beide fort. Jetzt warten wir. Wir wechseln nicht direkt. Wir warten erst mal. Wenn er nämlich zuerst was einwechselt. Schon vor Ablauf der Zeit. Sehen wir vielleicht schon was er rein holt. Stahl. Jetzt hat er nochmal gewechselt auf Mewtwo. Aber das ist mir auch wurscht. Weil ich bin ja trotzdem gut gegen S. Aber eigentlich brauche ich ihn auch dann gegen Dialga. Also ich wehre auf jeden Fall jetzt ab. Weil ich will den komplett mitnehmen. Komme ich wechsel jetzt selber raus. Und mache den Rest mit Dialga. Warum habe ich das eigentlich gerade gemacht? Ich hätte doch schon ein paar Moves vollladen können. Und erst mal drauf zimmern. So dass er sein Schild weg hat. Und dann immer noch raus wechseln. Jetzt hat er das Schild weg. Aber ich komme jetzt nicht ganz hoch. Aber ja. Der kann nämlich auch gute Bodenmoves. Schlagbohrer haut bei ihm immer so immens rein. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt hier was ist schlauer auf Spukball zu gehen. Er ist eh vorher dran. Wenn er eh jetzt dran war. Jetzt möchte ich bitte kein Unheilböen mehr. Ich möchte bitte jetzt Spukball haben. Guck ich drücke jetzt extra rechts. Und es hat links schon eingeloggt. Ah. Vater. So. Und er ist weg. Das ist doch super. Dass wir den fünften wenigstens gewonnen haben. Von dem Set. Ich glaube wir haben den ersten und den fünften gewonnen. Dazwischen alles verloren. Aber es geht ja eh nur um Sonderbonbons. Die haben wir ja meistens eh genug. Guck hier. Zwei Stück. Also vier Stück. Rang 16. Nehmen wir mit. Jetzt geht es wieder um die Wurst. 700 Wurst. Es ist 26. 32 Minuten aufgenommen. Zwei, drei, vier, fünf. 25 Minuten ist noch Zeit. Wie viel braucht man denn für einen Set? Gefühlt 15 Minuten. Da schaffe ich kein Viertus. Das wird nichts. Muss ich drei machen. Muss ich denn ins Städle hinaus? Ins Städle hinaus? Muss ich denn? Kampf beginnt. Kampf beginnt im Städle draußen. Wom. Jetzt diller ich den Akku wieder leer von dem Handy. Und abends brauche ich es dann aber wieder. Für die Raid Mania wundere mich. Und das Ladekabel habe ich immer noch in der alten Wohnung vergessen. Steckt immer noch in der Steckdose. Auch wenn die Sicherungen alle raus sind. Steckt das Kabel noch in der Steckdose. So, wir machen wieder das. Und diesmal schilden wir. Und jetzt wechsle ich auch. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich wechsle jetzt, was ich sonst nicht mache. Und lasse das jetzt durch. Weil wenn der meinen Toggekiss dann weghaut und selber einen Toggekiss hat. Nee. Dann mache ich lieber das mit ihm. Aber er wechsle. Jetzt hat er wieder Toggekiss. Hat er wieder schlau gemacht. Spukbar. Ich sage doch, der hat noch Toggekiss drin. Dann komme ich gleich mit Toggekiss gegen Toggekiss. Und dann kommt er wieder mit dem Mewtwo. Wenn ich den hier weg habe. Und dann mit. Es ist sehr kompliziert auf jeden Fall, wie ihr es seht. Wir machen jetzt noch ein bisschen so. Der haut seine Moves voll. Und jetzt komme ich mit meinem Toggekiss zurück. So. Und jetzt haue ich aber hier einen Antikraft drauf. Und dann heißt es gleich wieder Toggekiss gegen Mewtwo. Was wir am Anfang schon hatten. Schildet er. Nein. Er lässt es durch. Ihr nehmt beide Schilde einfach mit. Er kommt jetzt auch noch mit Stahlobohr. Ich kann aber gerade nicht wechseln. Lasse ich das durch? Lasse ich das nicht durch? Schlagbohrer ist doch ein Bodenmuff oder nicht? Ist doch keine Stahlattacke. Lasse ich das einfach mal durch? Lasse ich das einfach mal durch? Achso. Er hat Steinhagel. Ein bisschen Steinhagel hat er. Habe ich hier noch Flammenwurf? Setz ich den ein. Um auf Flammenwurf zu gehen. Bringt Flammenwurf überhaupt was? Wenn der Typ Boden hat. Setz mal ein. Er macht jetzt bitte einen Schill. Dass das wenigstens weg ist. Der Rest ist mir eigentlich auch egal. Er kann nicht einfach alles mitnehmen. Er wehrt ab. Es wäre rot. Also es hätte gut reingehauen. Machen wir wieder rückwärts Saaldos. Er macht halt wirklich so gut wie keinen Schaden. Aber er lädt halt 500.000 Mal seine Moves auf. Jetzt kommen die Yalga. Und der haut jetzt rein. Und er hat noch ein Schild. Und er hat noch ein Judo. Und das hat noch ein Spukball. Eieiei. Komm nochmal hinterher. Buh. Das war's schon. Was ist denn das? Das hat man wieder angeschrieben von irgendwelchen ominösen Ösen. Ominöse Ösen. Jetzt neu. Ich brauche mindestens drei Siege, ja. Damit ich die Pokémon-Belohnung wiederkriege. Lasst euch da mal nicht irritieren. 16. Mr. Viltin. Ein Unternehmen. Dragoran. Erlöstes. Togekiss. Er wechselt raus. Bevor das Goat dasteht, hat er schon gewechselt. Guck. Und jetzt Togekiss. Das ist sehr gut. Denn ich habe jetzt eher mein Move voll als er. Andersrum geht's gar nicht. Weil ich durfte ja schon rückwärts Saldo auf das Dragoran machen. Würde jetzt natürlich auch drin bleiben. Gegen Dragoran habe ich ja trotzdem die Yalga. Da fühle ich mich gut. Da bin ich dabei. Da fühle ich mich frei. Da isse ich ein Ei. Adi. Du siehst entspannt aus. Er hat ein Shiny mit 3,6. Der ist bitte jetzt weg. Bevor das zweite Mal der Move voll ist. Noch einmal. Genau. Und jetzt egal was jetzt kommt. Oh. Und es ist Stahl. Es ist Stahl was kommt. Aber gut. So kenne ich wenigstens alle Pokémon die er hat. Dann ist es auch noch das blöde Stahl. Das heißt ich muss mit Giratina jetzt rein. Und wenn er wechselt muss ich auch wechseln. Aber ich kann ja wechseln. Weil ich habe ja gerade nichts gemacht. Ich bin ja gestorben. Das heißt wenn er auf Dragoran geht. Gehe ich sofort auf ähm. Oh du. Der hat gewechselt. Der hat gewechselt. Ich muss auch wechseln. Das darf ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Gehe ich sofort auf die Yalga wollte ich sagen. Bin jetzt auch hier. Lass das einmal durch. Drachenklaue. Oder? Die machen doch immer Drachenklaue. Die spammen so auf Drachenklaue rein. Sollen sie ruhig machen. Ich versuche das jetzt alles hier mit den Quick Moves. Er ist auch falsch. Bringt es jetzt was auf Dragor Meteor zu gehen? Ich gehe einfach mal drauf. Der wird ihn eh abwehren. Aber. Ich gehe trotzdem drauf. Weil ich die Befürchtung habe. Dass der sowieso gleich. Erdbeben. Irgendwas macht. Sonstiges. Schild brauche ich. Panzerfäuste verstehe ich nicht. Hat er nur eine Attacke. Hat er nur Panzerfäuste. Guck mal. Das zieht einfach gar nichts ab. Gar nichts. Nochmal. Steiger das seinen Angriff. Da muss ich aufpassen. Dass ich nicht aufs Schild komme. Das brauche ich für Giratina. Giratina muss irgendwie versuchen. Noch. Sein Spukball zu machen. Obwohl mittlerweile. Guck mal. Der geht ja jetzt auch durch. Obwohl er nicht viel Schaden macht. Trotzdem geht er durch. Soll ich. Er macht wieder seine Attacke. Er hat die Attacke. Ich wechsle jetzt direkt auf Giratina. Direkt nach der Attacke. Achso. Ich bin ja eh tot. Ja gut. Dann ist es egal. Und jetzt Unheilböden. Oder? Obwohl. Ich hätte eigentlich auch erst abwehren können. Aber bei dem weißt du nicht. Dann macht er vielleicht zwei Moves direkt hintereinander. Also mach jetzt lieber deinen Move. Zur Sicherheit. Und er ist weg. Da fühlst du dich komplett unter Druck gesetzt. So. 1837. Nächster Kampf. Mann. Man. Enough talk. Bäh. 16. 17. HCC 1. Akut. Klingt schon wie so eine Tablette. Togglekiss gegen Palkia. Der wechselt. Ja. Auf. Giratina. Hm. Da bleib ich aber trotzdem drin. Was kann der denn, was mir gefährlich wird? Ach. Ich lass es einfach mal durch. Spuk mal. Gut. Jetzt wissen wir es. Vielleicht kann ich trotzdem meinen Angriff und die Verteidigung steigern. Und dann holt er seinen Palkia zurück. Und dann geht es ab. Weil wenn ich den Rest jetzt mit der Giratina machen würde und hätte gewechselt. Dann kommt er ja mit seinem Drachen. Und ich kann dann ja nur mit Geist angreifen. Also ich muss eigentlich das Togglekiss erstmal drin lassen. Den besiegen. In der Hoffnung, er bringt seinen anderen Drachen zurück. Und wir hauen auf den anderen Drachen drauf. Und er hat Palkia wieder zurückgeholt. Ja. So. Und dann wechsle ich natürlich nicht auf Giratina. Wenn ich tot bin, geht es weiter mit Dialga. Und er hat auch jetzt kein Schild mehr. Was sehr gut ist. Weil ich habe noch eins. Kann den Rest hoffentlich jetzt hier mitmachen. Und auf egal, was er dann bringt als letztes. Einfach ein Dragometeor drauf. Ich schilde jetzt auch ab. Hab Angst. Nicht, dass der irgendwas krasses macht. Bestimmt. Nassschweif. Wer schildet denn Nassschweif? Und jetzt kommt die heftige Attacke hinterher. Jetzt hat er noch was. Nassschweif. Gut. Er scheint nicht so krass. Was ist jetzt? Cobalium. Oh. Kampf. Aber das Ding ist Stahl und ich habe Giratina. Das Ding ist Kampf und ich habe Giratina. Und wir machen eh erstmal das. Und er macht auch einen Move. Angriff sinkt. Egal. Eigentlich müsste ich jetzt nach seinem Move direkt wechseln auf Giratina. Ich wechsle auch direkt auf Giratina. In der Hoffnung, dass Giratina jetzt ein bisschen was macht. Kommt Geist gegen Kampf. Ne, das ist Psycho. Hä? Aber Geist gegen Stahl. Ja, aber er hat auch Kampf. Ne, er ist tot. Also es ist egal, was er macht. Er ist tot. 2, 1. 2 Matches noch. Ich brauche noch einen Win. Für die Pokémon Belohnung. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich habe bisher nur eine bekommen. Weil vorhin gab es ja gar keine. Es gab ja eh nur Bourbons. Selbst wenn ich 5 gewonnen hätte, gäbe es nur Bourbons. Ich brauche also noch eine Belohnung. So. Xironex. Xiren. Xiren X. Und wieder Dragoran vorne drin. Sehr gut. Dann lass das drin. Ne, gehe da raus. Ich gehe auf... Oh, jetzt habe ich nicht... Jetzt hat er mich aber erwischt. Ich habe nur Stahl gesehen. Habe direkt gewechselt. Aber okay. Vielleicht passt das ja so. Ich kenne die Attacken nicht. Ich lasse mal durch. Greife mit Psycho an. Eisenschädel. Okay. Dann werde ich hier auf Unheilböen gehen. In der Hoffnung, seine Schilde rauszulocken. Und wenn nicht, ein bisschen Schaden zu machen. Gucken wir es uns mal an. Unheilböen. Du, sehr effektiv. Also er hat nicht geschildert. Wenn er tot ist, kommt er wahrscheinlich wieder mit seinem Dragoran. Und bringt meinen Giratina um. Damit muss ich leben. Ansonsten habe ich meinen Togelkiss. Ganz Psycho-Beißer. Das ist aber schön. Dann mache ich jetzt auch keinen Move. Wenn er mit Dragoran kommt, muss ich jetzt einen Spukball draufhauen. Damit er abwehrt. Ich bin jetzt ein gefundenes Fressen für ihn. Weil ich eigentlich keinen Schaden machen kann. Großartig. Aber er mich umbringt. Guck doch hier. Jetzt in dem Moment wäre Togelkiss wieder aktiv gewesen. Aber da war ich auch schon weg. Und jetzt kommt er mit Graudon. Das kann doch nicht sein. Ich mache mal rückwärts Saldo. Das war es eigentlich. Ich habe gewonnen, oder? Was soll denn jetzt noch passieren? Wenn er schildet. Kein Problem. Ich schilde. Er schildet. Ich schilde. Er schildet. Aber zwischendurch verliert er so viel Energie, dass er eigentlich dann weg ist. Ich schilde jetzt natürlich auch nochmal. Er macht sicherlich wieder Feuerschlag. Weil das geht ziemlich schnell. Aber ansonsten kann ich mit dem Togelkiss, meiner Meinung nach, jetzt ihn einfach runterfahren. Und er kann eigentlich nichts dagegen machen. Er hat zwar noch ein Schild, aber sein Dragoran hat auch so gut wie keine Energie. Und ich habe noch ein komplett volles Dialga. Eigentlich kann er aufgeben. Gib auf. Gib auf. Gib auf. Guck mal. Flug. Dragoran. Flug und Drache. Hier kriegst du noch einen Stein gegen den Gesteinflug. Zack. Er wehrt ab. Er macht einen Move. Ich muss es überleben. Es geht gar nicht anders. Selbst wenn er jetzt mit Kampfmoves kommt. Bringt das nichts. Also. Nö. Er gibt nicht auf. Er macht trotzdem bis zum Schluss. Oh. Gewinne 60 Trainerkämpfe. Andere sind schon bei 500. Ja. Die spielen ja auch aktiv. Ah. Ich habe da noch einen Kampf übrig. Wieso hole ich den jetzt schon ab? Meisterliga. Jetzt nochmal abgeholt. Wir sind bei 38. Da schaffen wir auf jeden Fall nicht noch ein Set. Ich könnte auch einfach da bleiben und sagen. Geh doch alleine. Was hat es gehört? Schnell. Schlägt mich kaputt. Pupsi. Ja okay. Leg den Knüppel weg. Verstehen Sie? Gut. Das habe ich ja schon angekündigt. Was dann passiert. Wenn man die Spur. Jetzt kurz. Überlegen. Der macht mich kaputt. Deswegen gehe ich jetzt auf. Giratina. Es ist eh nur noch der eine Kampf. Ein neues Set traue ich mich schon gar nicht anzufangen. Jetzt kommt er wieder mit Drachen. Nein. Was denn? Ich habe nicht gesagt, dass du ein Drachen bist. Der Gegner hat einen Drachen eingesetzt. Ich bin ein Geist. Wow. Der ging sogar durch. Ähm. Ja. Komm doch mal. Rückwärtssaldo. Das wird schon passen. Als ob der jetzt einen Eisenschädel macht. Bestimmt. Deswegen musste ich den ja abwehren. Und jetzt den Rest so tun. Und jetzt pass auf. Ich habe doch Feuer. Hier Feuer frei aufs Stahlobohr. Und dann schnell aufs Dialga wechseln. Und dann wird Dialga gekillt. Weil der hat ja so komische Moves. Guck mal. Der wehrt das auch einfach nur ab. Schnell. Mit den Quick Moves. Und dann kommt er schon wieder mit Schlagbohrer oder so. Hm. Sehr effektiv. Und der nächste kommt dahinter. Nee. Er hat noch einen Lugia. Mit Psycho. Also eigentlich könnte ich aufgeben. Aber wir müssen ja die Sendungszeit füllen. Wir sind bei 47 Minuten. Passt schon. Guck mal. Macht gar keinen Schaden. Los Lugia. Mach auch mal einen Rückwärtssaldo. Los Lugia. Los. Togglekiss hat. Noch volle Energie. Könnte einen Antikkraft raus. Donnern. Wenn er Glück hat. Boah. Wenn er Glück hat. Man sollte vorher keinen Coldslaw essen. Luftstoß. Ein Antikkraft möchte ich noch machen. So. Großartig. Fabelhaft. Er lässt ihn durch. Aber er hat ja immer noch sein Stahlobohr. Und das wird jetzt den Rest für ihn erledigen. Oder? Das war trotzdem noch knapp. Aber der hätte nicht den eben durch. Der hätte den eben abwehren können. Und ich wäre weg. Also der hat das mit Absicht so gemacht. Damit es noch krasser wird. Noch besonderster. Ich zeige euch noch mal die Wurst. Da liegt die Wurst mittlerweile. Hallo Wurst. Wurst hörst du das? Was da schon wieder los ist? Moment. Mein Ding ist fertig hier. Kuma. Kuma. Adi. Kuma. So. Eigentlich ist die Kamera ja fest. So. Wir müssen die Kamera wieder fest machen. Damit ihr seht. Der lebt noch. So. Panzer Ehron. Einmal werfen. Eins. Zwei. Drei. Färtsch. Einmal gewerft. Färtsch. Nochmal bewerten. Dann sehen, dass wir so gut wie nicht aufgestiegen sind. Oh mein Gott. Das ist vielleicht trotzdem ein Viertel. Also drei, sechs, noch neun Kämpfe gewinnen. Dann sind wir bestimmt auch schon im nächsten Rang. Insgesamt sind wir jetzt sowieso bei 1555 Siegen. Bei 2700 Kämpfen. Ich bin mal gespannt. Wie viele Kämpfe habt ihr insgesamt in der GWL schon gemacht? Ich bin bei 2707. Wie sieht es bei euch aus? Die Statistik kann man immer mal wieder unter jedes Video schreiben. Ace immer so erreicht. Hier gerade bei 115. Beim letzten Mal waren es 214. dass wir den Ace-Rang reich haben. Das war es von Ramses. Minus drei Sets wieder mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dein Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Ciao. Wieso muss ich immer eine Stunde suchen, wo es hier ausgeht?